Ich bin ja auch nicht, da will ich sterben. Da würde ich echt drauf gehen. Das ist halt ganz, ganz frecklich. Ich kann ja wirklich nichts gegen Leute sagen, die halt XP fahren. Also das ist halt nee. Alles nicht. Dann wird es auch immer bleiben. Ich finde es nur schlimm, wenn Legano oder allgemein Fleischwässer immer so machen. Ja, ich bin Fleischwässer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Ja, diese Leute, die so ruhig sind. Ach so, ich darf nicht noch machen. Ja, das kann ich nicht. Ich hatte das mal bei KFC. Da sind wir mal reingekommen, weil da haben wir gegen so einen Scheiß demonstriert oder so. Ja, wir haben da reinkommen. Dann sind mir jetzt dieser Theke vor. Ich hatte halt gerade das Feld gehabt. Dann haben wir die ganze Zeit protestiert gehabt. Böde Tiere und sowas. Dann habe ich einfach aus dem Protest so einen richtig großen Eimer Feuer zu ficken. Dann habe ich dann Feuer in den Augen geschlossen. Einfach aus dem Protest. Dann bin ich gegangen. Dann habe ich nicht gut gefühlt. Dann bin ich keiner nachgefühlt. Dann bin ich keiner nachgefühlt. Aber... Der ging es gut dabei. Ich habe jetzt mal so eine Taktik im Vorbild. 3.000, ey. Oh Gott. Inflation, wird auch alles teurer. Irgendwas noch vergessen? Nein. Ich kann das... immer genau zu finden. Wie mirrorANK. Ja. Es läuft eigentlich immer schon einmal hoch. Soll ich das jetzt gerne die Waffe dran machen? Ja! Jetzt kann ich das damit auch drüber machen. Ja, cool! Geil! Was ist denn da? Nö. Ich weiß aber, was ich irgendwie nicht verstehe. Was denn? Wenn du einen ARCOG hast, dann verbraucht das ja zwei Plätze, ne? ARCOG, ja. Aber wenn du einen ARCOG auf einem Mount hast, verbraucht das nur einen Platz. Ja, ich glaube, es rechnet immer nur den Mount, weil wenn ich... ... dieses übel... ... du hast ja... ... du hast ja einer so einen Griff und dann hast du noch... ... die... ... diesen Schaft von der Waffe. Wenn ich den Schaft von der Waffe... ... abmache... ... ne, das macht absolut keinen Sinn. Es bleibt genauso groß, aber dann ist halt zurückgefangen, ne? Nicht so. ... das ist ein Rappelstum gewesen, ne? Das ist halt Rappelstum gewesen, ne? Ja. Habe ich gefunden. Kommst du mit? Nein. Wohin? Na, Bambam. 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 Ja, aber lass erst mal Server wechseln, bitte. Ich will aber nicht von wieder sterben. Mhm. Ich bin noch so jung. Kann ich gleich mal mein... 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 mein Game neu starten. Alter. Was, Alter? Alter. 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 Ey, Alter. Ein Game neu starten. Oha. Oha. Einfach raus, ey. Hm? Nee. Das Game startet schon wieder bei mir. Ey, Alter. Alter. Ach, jetzt hat die auch schon wieder eine neue Mission, Alter. Ja. Ja, die habe ich auch schon. Also habe ich schon angenommen. Bei Proof of the Kult. Präsenz und Bank. Ah. Das ist ein Kult. Kult, ja. Bambam. 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 Warum starten dein Game neu? Wie? Gestartet. Schaut das veräumte Spiel. Ich will alle mit Tauten spielen. Was ist das denn? Red Dot Side? Achso. Ich dachte jetzt Laser. Ich hatte 50 Stunden in dem Game. Echt? Ja. Wie suchst du's? Wie suchst du's? Wie suchst du's? Wie... wie ich jetzt suchst? Keine Ahnung. Warte. 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 Wie �'n nicht. 벌st du's? Warte. Warte. Ja. Warte. Kürzlich gespielt, ja. Ist bei dir gar nicht drinnen. Geil. Spiele, die folgenden Rezensionen, alle Spiele. Hallo? Hallo. Gut, ja, du hast eine Menge, weiß ich nicht. Irgendwas so zwischen 0 und 50 hast du. Ja? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt das Team beendet, weil ich schon drinnen bin im Gang. Was ist das denn so aus, Alter? 30 habe ich knapp. 30 knapp. Oh, komm. Mal in Wielte, in Wien. Was? Das ist ja voll cool, dieses Zeichen neben dem. Oh, mein Stil. Super. Geliebt. Cool. So, und... Wo sie rausgehen? Wo sie rausgehen? Nee. Nee, wieso? Achso, aus der Mission, ja. Aus der Mission. Impossible. Du musst mal kurz ins Menü kommen, sonst dauert das hier acht Jahre, bis wir dann zocken können. Alter, ich probier grad schon mal da jegliche mentale Fähigkeit. Verliere ich auch ständig auf der Arbeit. Und es wird nicht besser. Geben sie dir wenigstens mehr Geld? Als was? Als beim letzten Mal? Nö, genauso. Ich find's eigentlich lustig, dass da, wo ich vorher war, hab ich aufgehört, weil's da scheiße lief. Die haben mir dann versprochen, dass es da besser läuft und es läuft dann noch beschissener als vorher. Du bist überall verarscht. Du bist übrigens auf Joint Operations noch. Hä? Du musst auf Joint Operations noch. Bist du nicht im Game? Doch. Ne, warum ist es im Main Menü? Loll, warte, ich komm nochmal raus. So, komm schon, das ist nicht so. Geil. Äh, klick mal auf Ready. Jetzt, ja. Boah. Ne, cancel mal. Warum? Du hast es nicht gesehen, das war ja 10, Alter. Vielleicht ist er gerade gestartet. Ja, das kommt da. Begin Deployment. Ah, so, ich hab' auch connected. Hast du auch connected zu Server? Mhm. Okay. Ich geh' mir gleich noch ein bisschen, ich hab' noch ein bisschen was im Tübel dran. Ehrlich gesagt, auch schon überlegt, ob ich mir die Woche was bestell, aber... Ist doch wieder so teuer dann, ey. Jaa, boah, das war irre. Das war irre, was er. Alles teure Soden hier. Weapons. Jaa, wenn wir irgendwas wieder mitnehmen hier... Oh, holy shit. What the fuck? Boom. Ich hab' Ich hab' 102.157.076 Dollar. Ja. Ne. Wär' zu schön, um auch zu sein. Mein Inventar sieht wieder aus wie scheiße. Kein' nix. Kein' nix. Sehr gut. Oh Gott, das war'ne Granate. Oh, das war'ne Granate. Ups. Ich hab' noch eine Rauchgranate, jetzt bin ich eine Rüste-Granate. Ich hab' jetzt 150.000 Dollar. Jaa, ich hab' nur 100 Nr.Wat. Kannst' viel Geld wieder ausgeben, muss ich schon ganz viel neues Equipment. Ist ja nicht, ne? So ein Blond. Sind eigentlich Leute? Ja, da sind schon welche. Ein True Believer 69. Soll der mal glauben. Hey, ganz viel Geld, ja. 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 Okay. Was war das? Fällengranate Ganz viele Rauchgranate, dann schmeiß ich die hier über Von mir aus können wir Ja Und hier aus auch? Von mir aus auch Genau Da sind wir nur zwei Okay Request denied All available birds are in flight Da war der die wieder voll Ich lass hier mal ein bisschen was abrauchen Ich lass hier mal ein bisschen was abrauchen Ich weiß nicht, aber wo sind wir eigentlich? Wie geht das? Wurfs auch Alter, was interessant Warum ruft einer einen Helikopter und schrecklich? Ich weiß es nicht Hier sind viele ziemlich dumm Soll ich mal fertig Strap in, we're heading out Wir müssen dann noch in den Bunkern, ne? Aber nicht im Ohr, eh It's the sound of the police Mal gucken, was die in die Diskussion schreiben Welte Diskussion? Impossible to do some missions Da stuckt jemand auf one shot, one kill Hä? Was? Was guckst du jetzt? Diskussion Und was guckst du da jetzt genau? Flick Was guckst du jetzt? Das guckst du jetzt nicht Jetzt sind wir da ganz viel, ne? Even E-Mode is to be removed Oh, das klingt sehr interessant Warte mal, das klingt sehr interessant Getsch Was für die Warte mal, das klingt sehr Das ist ja wirklich, du kannst ja nur PVE und die Permissionen machen, weil wir sonst nur weggeballert wissen. People form here on TVE and then join TVT, so they're not right at all. Also, hey, hey, und? Das ist ja alles so Sachen, die kriegst du im PVP-Mode drauf. Was sagst du? Würdest du den PVP-Modus rausnehmen? Nur PVP? Nee. Das ist ja noch mehr rumgefacke, so wie jetzt. Ja, echt schon. Wenn ich mal angucke, wie viele hier immer sind, kommt ja gar nicht mehr voran. Ja, wir zocken das gerne jetzt von so viel und so. Wir sind immer noch auf Level 11. Wir wären schon weiter, wenn wir nicht ständig bei den Quests neu machen müssten. Ja. Oder wenn nicht ständig irgendwelche Spieler sind, die uns alle wegnehmen. Ja. Und das kriegt ja aber im PVP-Modus ja auch nichts. Da rennst du auch hierher und versuchst deine Quests zu machen, dann wirst du halt auch nur getötet. Da hast du mehr Minus, als wenn dir die Missionen halt weggenommen werden. Alter. Ich hab... das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Hey. Was sind denn die? Am Ende der Straße war einer. Hat nur 20 Kugeln geschockt. Na, warte. Ne, 19. Aber nah dran gewesen. Ja, genau. Aber das ist genau, ja, ne? Ja, klar. Also, auf jeden Fall... Da hab ich eigentlich... Da war doch echt gesteckt. Ah ja, Tabletten hab ich vergessen. Ja, Mutpletten hab ichjego Jun'' lacht. Ja, das war gar nicht. ja das gut mit mir selbst alter lecken im arsch direkt neben mir ich gehe ganz entspannt durch und ach der ist schon tot um mann die post ja wir sind ja alle in die post und ich dachte der ist tot und habe auf den gesprossen ich dachte der lebt noch habe auf den gesuchten so muss halt am strand kommen da vergessen die meistens die gegner ich weiß nicht warum ich höre aber ich sehe nicht das bestimmt irgendwo im haus drin aber auch weiter von rechts ist im wasser überhaupt nicht misplaced wir können gleichzeitig auch die eine mission machen mit mit diesem kult scheiß ach stimmt ja was worden das ja bestimmt das wo die augen sind das ist diese eine von der karte sie nicht dafür gibt dass du das machst auch ein pass auf wenn man stellen denn das vorne hier ein und Omnumoral Ja? Verdeckstranter? Bitte? Komninen muss Mural Ah! Schilling Mural Schaus Mural Schilling Mural Ja, das sind die Muschi Muschi sauerus Wow, geil Was? Alles ok? Da hinten ist auf jeden Fall eine Ja Schau mal dahin 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 Ich hab einen Typen gesehen Der hat sich in so eine ganz kleine Kisse reingekwächt Der konnte irgendwie seine Wieso? Ich hab was für dich Warte, wo bist denn du? Boah Du bist ja wohl da Was für Welt hier hinten, ne? Ja, tragisch Total Das war Im hintersten Raum Echte Echte Kiste Da hab ich den gefunden Ah 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 Das ist cool Jetzt wird er nicht sterben sonst Ich hab gleich wieder gerage quittet Ich hab gleich wieder gerage quittet Ui Da ist eigentlich bis jetzt immer her drum gewesen Hm, muss ich auch merken Und die meisten übersehen das immer, keine Ahnung warum Ich glaub viele wissen das gar nicht Hm Ne Ich fände ja gerade sowieso nicht mehr so durch Ich mach jetzt wieder so ein bisschen taktisch und entspannt Und Ich hoffe, dass ich nicht alle zwei Sekunden weggeballert werde Mein Gott, diese verkackte T-Pose, Alter Mich hat schon wieder voller Sprocken Ja, ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Oh, das ist mir jetzt auch mal ausgefallen Ich sag das so oft Dabei will ich das eigentlich Selbst wenn ich versuche dort nichts zu sagen Dann sage ich das manchmal trotzdem Ja, ohne Witz Ich loot jetzt einen Hut Oh Gott Na gut ey Wollen wir nur noch Gegner Oh Gott Ah Ablässe Oh Gott Ich hab jetzt überlebt Ich hab jetzt überlebt Ich weiß von dir wie, ich hab's überlebt Aber wo? Ne Den Spot musst du erst mal finden, das ist so assi Komm mal zu mir, ja Von wo denn? Ja, definitiv Irgendwo links Ja, das war da oben auf dem Berg, aber ich weiß nicht von wo genau Ich fähle den den halt nicht Ich fähle den den halt nicht Ich fähle den den halt nicht Willst du ein Schokobau? Ja Ne, ich hab grad ne Ne, ich hab grad ne Packung Oreos bekommen Da oben beim Haus, will bestimmt Ja Bei der kleine Hütte, das auf der Dat ersten, das wir uns Werens? Ja Frag nicht nein das kann doch nicht wahr sein hast du so ein health kit dabei dieses tourkit warum nennt man das so klugen müsste erstmal gucken wo der ist heute wo bist du auch ganz hinten aber ich glaube das war nicht der der dich getötet hat nein das ist noch einer oben auf dem berg ich würde mal interessieren ob du mich retten kannst das wäre jetzt so wunderbar ich habe eine blutung die müsstest du mal schreiten ich würde aber eigentlich nicht erschossen werden da ist einer ist da ich möchte ganz gern sterben oder nein warum halten die so viel aus bitte sagt mir du lebst ja aber nicht mehr lange dann lass mich liegen ich glaube ich überlebe das sogar ich weiß nicht ich blute nicht oder so ich bin nur im koma wo läuft die zeit ab hat unten auf dem balken das ist mal gucken ob du dich mit diesem schluck wird irgendwie retten kann muss erst mal zu dir kommen ich bin ein helikopter dann fliege ich dort hinten nur um festzustellen dass meine leiche nicht gewonnen kann abwarten abwarten wird aber sehr wie so sein wenn ich mir das vorstellen kann Das ist gut. Oh, dass die hier auf dem Berg auch chillen, das ist so eklig. Oh, das ist so eklig. Ja. Raven hier, bereit zu gehen. Ist die Radar bereit zu gehen? Ja. 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 Wie ist er tot? Nein, er hat, ging gerade so. Ja, bin ich bereit für das. Wie geht's? Raven hier, ich muss den Feuer, er geht raus. Ich seh da ne Leiche. Bisschen zu spät. Ich kann dich nicht nur retten. Dann bist du zweimal da. Das wär doch auch cool. Du musst doch irgendjemanden irgendwie retten können. Ich glaub, was machst du mit diesem komischen Spuk? Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Dann wär das ja total sinnlos, dass du in dem scheiß Koma steckst. wär das ja richtig dumm. Ja ne Axis. Ja. Lieber drin haben als nicht drin haben. Das find ich nicht toll, das ist einfach nur unnötige Hoffnung. Ich weiß übrigens gar nicht, wo der Gegner ist, der hier auf dem Speck war. Der hat mich irgendwo aus einem Bus abgeknallt. Ja, ich hab ihn ja gerade gesehen, aber der ist von ihm weg. Aber ich muss sagen, du liegst echt gut hier. Du liegst da echt gut. Ja, oder? Bis gleich sehen. Muss ich mal. Wahrscheinlich gut genug, dass ich mich nicht mehr looten kann. Nee. Das ist schlimm nicht. Das ist doch. Kann das vielleicht auch einfach sein, dass wir zu unvorsichtig geworden sind. Kann sein, ja. Oder zu pussig einfach. Was? Nee, nicht unvorsichtig. Ich hab den ja gesehen und hatte aber noch die falsche Waffe und ich dachte, gut, wenn ich jetzt mit der Waffe reinrenne, kann sein, dass ich den nicht instant töten kann. Deswegen dachte ich, okay, ich gehe sicherheitshalber mal nochmal zurück, wechsle die Waffe und renne dann nochmal rein. Und in dem Moment, wo ich zurücklaufe, dann ballert der natürlich 30 Millionen Kugeln in mir rein und bin tot instant. Was? Du kannst ja auch irgendwie, ich hab irgendwie das Gefühl, du kannst nichts als Schutz nutzen, ohne dass du instant stirbst hier. Es hat Zeit, dass ein neuer Hotfix rauskommt, damit wir wenigstens so fühlen können, als wenn sich was verändern würde. Wie beim zweiten und ersten? Ja. Oh, die haben schon mal anfangs was gebracht, ja. Aber nicht wirklich viel. Ey, hier ist noch ein Spieler gestorben. Ach, der ist ja doof. Wie beim zweiten Gaber Car Scripture undremos. Auch mein Sönschen. Hopp결ht zjays, doch noch ein Dr. Darani Coben. Wie beim zweiten Tag kam auch an denousten, unter der Le doom. Wie beim zweiten Tag lange Síen congress um den Neu. Außerdem wird gesagt, dass die Hüpfeώabs fl Cisco kurven. Ich habe hier übrigens einen Schlüssel für irgendeine Tür, aber ich weiß nicht, wo die ist. Hm. Aber mal hast du es bitte. Schönes Willkommensgeschenk. Für dich. Du geschenkt genug wäre es schon, wenn ich meine Leiche jetzt looten könnte. Aber lass dich nicht wieder schießen, bitte. Hm. Wo war sie denn? Äh, rechts am Rand. Ja. Oh, geil! Geht nicht, ne? Ey! Doch, geht! Mensch, cool! Habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich. Das war jetzt das letzte Mal, wo wir nicht gerechnet haben. Ist da oben jetzt alles clear? Sollte. Vorerst. Für die nächsten 5 Minuten. Ja. Aber müssen wir echt beachten, dass wir vielleicht irgendwie von der Seite auch auch reinkommen. So, und hier soll irgendwo... Hä? Pipos. Was ist denn hier? No. Back of the Wooden Stock. No. Back of the Wooden Stock. Back of the Wooden Stock. Oh, leck mich Warum? Das soll ich deine, ey, wir müssen Bilder finden, ey Bilder? Wirklich? Bilder, ja, irgendein Graffiti, was sie dann, was sie so ransprühen Ich such mich hier tot Ich such mich hier tot nach irgendwelchen Gegenständen, ey Warte, wie einfach nur, dass ich mir irgendein scheiß Bild angucke Lächerlich So, das erste Die kam er, ja, eben schon Die kam er, ja, eben schon Ein paar vereinzelte Gegner wären ganz cool Oh, genau Das ist sehr nett von dir Genau das habe ich gemeint, sehr nett, danke Der war nicht schlecht, also Oh, jetzt habe ich fast ein Herzinfarkt bekommen vom Lachen, ey Was? Was, wieso? Auch nur so Warte, sind das hier, Alter, eine Flüchtkappe? Der Spinnenfisch Nehmt euch in der Nacht Spiderfisch Spiderfisch Was sonst Spiderfisch macht Was? So Also ich habe jetzt so ein Graffiti gesehen, aber Kann nichts machen damit Nicht diese Augen Das sind so rische Bilder Das ist so Diese kleinen Holzhütten Dort, wo wir gerade die Gegner getötet haben Die musst du finden Das wird Irgendwo mal Das wird das jetzt dann nicht Wenn das andere Ende Aber wie Komm, ich kann auch kurz hier warten Dann kommst du mal zu mir Weil hier ist zum Beispiel Genau in meiner Position Da ist noch eins Und Zu dem Wald ist noch eins Ey Finde das mal Junge Bin ich froh, dass jemand ein Mapsing gemacht hat, Alter Ohne Hat's nie gefunden Nie Mich totgesucht Ist ja nicht in den Gebäuden drin Ne Das sind so kleine Abgeranzte Holzhütten Nicht mal Holzer So Hütten So Ein Unterstell Und auf der Rückseite von diesem Unterstell Sind Bilder So Graffiti Mit Graffiti rangemalten Bilder Jetzt total Die sind aber so Platziert Du musst wirklich durch einen halben Wald Damit du die findest Geil Dort wo ich gestorben bin War auch so ein Haus oben auf dem Berg Ja Ist auch ernst Ja Machen Versuch bitte nicht zu färben Bin ich gerade gefühlt davor Also wenn du willst kannst du kommen Ich bin fertig mit dem Haus Echt? Ja Hast du dich schon alle gefunden jetzt? No, ich suche die mal zur Zeit schon Nein Nein Die Bilder nicht Die Gegner Ach so Ne Ich wollte darüber warten Damit du weißt Wo du hin musst Ich werde gerade ein bisschen verfolgt Warte mal Mach sie mal kaputt Das ist gleich das kann noch nie war sein Ich bin tot Ey ohne Witz Ey jetzt lache ich gleich bin ich tot Ey wirklich Aber geil Aber geil Was sind sie denn? Die Schmarotzer Gimt, Gimt Ich hab's lauere Sahne für euch Könnt euch unter die Achseln schmieren Was ist sie denn? Sie warnen sich mal wieder Was ist denn wieder? Ich spür dir Honig am Marsch Dann kommen sie alle Äh Neun Stück, neun, neun, neun Stück Muskelschmuck Ich find die Waffe, die ich hab richtig geil Die macht richtig viel Schaden Und ist extrem präzise Ich bin da Ja dann kommst du jetzt mit mir mit Dann machen wir erstmal die andere hier vorne Hier sind zwei hinter der Zwei 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 Da hinten Bist du immer wieder Gegner Ja 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 Au Au Masse kaputt. Aua. 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 Ich geh erstmal bandasieren. Au, au, was ist denn mit euch? Einer ist tot. 1000 bleiben noch. Ich bin tot. Moment. Kannst du mich reiten? Naja, hier sind 1000 Gegner, aber warte mal. Na, ich kann nichts machen bei dir. Ich sehe halt nur, was du hast, aber nicht, wie ich dich bandagieren kann und so. Du musst das Zeug entweder in der Tasche oder in der Wester haben, dass du das benutzen kannst. Also, du müsstest mich einmal bandagieren und ich brauche schon einen Spurkit. Jetzt brauche ich noch einen Spurkit. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, Junge. Oh, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Mensch, Mensch, Mensch. Aufgehört, du kommst wieder? Ja, ich bin auch weg. Also gleich. In 2 Minuten 10 schon wird er. Boah. Ich lieg hier noch ein bisschen im Sand, will das noch ein bisschen genießen. Weißt, in der Zeit, wo ich zu dir fliege, kann ich mir auch nochmal ein bisschen chicken warm machen, oder? Ne, eigentlich nicht. Oder? Ich geh nochmal ganz schnell auf die Blätter, das wäre okay. Damit mein Blutdruck wieder runter geht. Sonst bringe ich gleich nach Amerika und werde dafür sorgen, dass alle diese Scheiß-Server zerstört werden. Ich bringe einfach den Developer sein Spiel zu löschen. Aber nicht für alle, sondern nur für sich selber. Wenn man das selber nicht mehr spielen kann. Einfach nur. Weiß ich nicht. Ja, außer uns. Ja. Hä? Ne. Ne. Nur für ihn. Ich bringe ihn einfach dazu, dass er sein eigenes Spiel für sich selber löschen muss. Der darf das auch nie wieder installieren. Der darf sein eigenes Spiel nicht mehr spielen. Einfach aus. Er ist nicht. Dominanz. Einfach aus. Drehbuch zu schärfen. Herrscher. 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 Nor darauf geht's. Herrscher. Herrscher. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Stehen die noch? Nein. Wer? Die Gegner? Nein. Du? Ich stehe jetzt wieder, ja. Ach du da. Hier, komm her. Ja, das eine habe ich schon. Und hier hinten ist aber noch irgendwo eins. Aber wo? Irgendwohin weit? Da hinten? Ah, ich hab's. Außer das eine, ja. Warte, das andere? Ja. Naja. Dass wir da doch immer so weit stecken müssen. Spielspaß. Alter, was ist denn das hier? Holy fucking moly, was ist das? Obsttempel mit Blut? Holy shit. Hier, guck mal auf die Karte und markier dir mal meinen Punkt. Du musst da hin. So, Task complete wahrscheinlich, oder? Ja. Jetzt muss ich nur noch die neuen Gegner immer noch. Boah. Welchen hast denn du noch? Ich hab nur zwei bis jetzt. Äh, ach so, da hinten auf der anderen Seite, da merkt es auch noch was. Okay. Führst dich gleich hin. Dann mach mal dann die Gehschnapp kaputt. Ja. Da sind ja noch irgendwelche rumrennen. Ich kann mir vorstellen, wo welche bis vorne sind. Vielleicht. Die Leiche ist weg, das heißt. Äh? Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Was soll ich denn mit Kuckucksmilch? Ja. Willst du mich verarschen? Das wär ja wieder so klar, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz, du. Du läufst so in dieses zu eben Haus, Alter. Und du hörst instant drei Stimmen, ey. Fantasier dich schneller. Läuchst du dir lachen? Ja, ich versuch's. Jetzt bin ich tot. Einer. Oh, ey, die Waffe tötet richtig gut, Mann. Welche? Die, die ich hab. Die Tactical MV. Hier beim Strand sind auch noch Gegner. Gleich. Ohne Waffe. Ja. Ich hab' meine Waffe überhitzt oder so. Ich weiß auch nicht. Wenn wir da scheiße schießen. Das ist er. Na ja. Lemon. Ja, ich hab' dir gerade selber ein paar Reihen da. Oh, fuck. Oh, fuck. Sind wir noch drei Stücke oder so? Ja, hier sind die richtig viele respawned gerade. Äh. Also statt schon wieder respawned. Abidabidabida. Jetzt komm her, Junge. Heißt, wenn er so. Boah. Na, ist so. Nee, ist so nicht so. Übrigens, äh. Bei mir sind auch noch Gegner, wenn du willst. Hier. Ah, gut, okay. Kommst du gerade? Okay. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen im Fight verwickelt. Und so liegt jetzt ins Knallerzünden. Da liegt den Knallerzünden. Sind den Knaller. Sind den Knaller. Bin tot. Nee, oder? Das ist so overpowered, die Gegner. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Kannst du mir von der Kame erzählen? Machst du doch gerade. Hier, dort wo der Brunnen war. Wo du das, äh. Hier, Wasser aufsammeln musstest. Wo soll ich denn noch wissen, wo das war? Raven reporting. I'm on my way. ETA 30 seconds. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich weiß nicht. Ohne Witz. Wie viele muss ich noch? Wollen wir jetzt jetzt gut viele, ne? Oh, viel zu viele noch. Wie viele denn? Dieben Stück. Echt jetzt? Dieben Stück. Wollen wir mal mit sehen. Wie? Raven, auf Station. Ich bin bereit, dich anzupacken. Ehm. Wer schießt denn da? Das ist Raven, Bingo Fuel, RTB. Ein Hornets. Das ist ein Hornetschreis. Das ist ein Hornetschreis. Das ist ein Hornetschreis. Zubo, Tango, Tango, Tango. Nein. Ich? Was ist das? Nichts. Okay. Nein, ich weiß nicht, dass ich mit meiner Akkarte bin. Ich weiß nicht, dass ich mich aufhöre. 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 Es ist genug. Ich weiß nicht, dass ich mich aufhöre. Wo bleibt eigentlich dieser... ...Lemon? Der Sturm ist der stirbt die ganze Zeit. Hm? Der ist ganz komisch, der stirbt die ganze Zeit. Nee. Ich glaub das... Doch, doch. Dann kann er seine Leiche nicht looten und so. Ganz traurig. Alde. Alde. Da wird die Party ab gerade. ... дannig. Kannst du mir den gefallen kommen und mal diesen komischen Töten töten? Ja, die haben Aimboard. Und kennt ihn. Hey Junge, da sind doch zwei Spieler, warum machen die nichts? Denken sie auch so, hmmm. Ich hab's den Dorn. Ich hab's den Dorn. Wenn du Gegner brauchst, ich hab Fächer hier. Ich brauchst erstmal meinen Loot. Nee. Junge. Geht den da ab? Weiß ich nicht. Ach Junge ey. Ich seh hier keinen Gegner. Aber die sehen mich. Also einer von den beiden ist schon tot. Ja ist auch kein Wunder ey. Das ist so ein Drecksdorf hier. Komm. Wir sind viel dagegen. Komm. Ich würd ganz gern ohne zu sterben zu dir zu kommen. Wir müssen das versuchen da. Wie landet jemand. Ja. Ey was. Oh oh. Das ist doch nie euer Armst. Ich hasse dieses Scheißdorf langsam. Dieses Gottverdammte Drecksdorf. Knallst ihn ab und von hinten zagbarm tot. Also. Auf dem entstehen. Es gibt immer noch die Möglichkeit für ein Vibe. Spaß. Oh. Ja. Du hast halt ja auch keine Panzerung die du anziehen kannst. Um das mal zu verhindern. Du bist ja nach. Die treffen dich zwei, dreimal und schon bist du tot. Nicht mal. Die treffen dich teilweise einmal und schon bist du tot. Hm. Die schießen einfach gnadenlos ne ganze Salbe nicht rein weil sie das fucking aimbot haben. Und dann war's das schon. Bist du bei mir oder ist das irgendein... Weil ich bin grad noch im Koma. Nee ich bin auch nicht bei dir. Ich hab aber nichts. Die Frage ist ob ich wieder ausstehe. Aber bis ich dich hab ist ich schon eh tot jetzt. Kann sein. Weißt du wieviel Zeit du noch hast? Nein. Ich weiß auch nicht was ich brauche hier damit ich weiterleben kann. Ob du mir irgendwas geben musst oder so. Ja ich bin tot. Hä? Was kann ich dagegen tun? Ich bin tot. also hier steht dass du das ist aus und irgendwie oder mich irgendwie mit blutvoll mussten oder viel zu kompliziert gemacht ja vor allem das seien das ist schon tot weil das zwei jahre dauert das ist jetzt gesagt ja es ist ja anders schon von acht leuten feste drei müssen wir noch bilden wir haben aber halt auch immer mehr leute die spät muss fünf leute noch dann habe ich es endlich gehört muss teilweise am besten irgendwie zu acht sein oder man traut sich aber keine ja Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich. Ich will doch nur leben. Oh, lege, oh lege. Oh, lege, oh lege. Oh, lege, oh. Du machst QE und er schießt trotzdem auf dich, David. Guckst du nur da? Ja. Kann ich nur einen was zu sagen. Okay. Oder ne. Ach ne, das gibt's aber doch nicht. Ja. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Ohne contrario. Das war's. Ich bin entscheidend. Das war's. Ich俺 tut mir leid. Was Leute. Das war's. Das war's. Und so war's. Ich kann noch ich nicht. Lass aquilo nehme ich mich mehr Feedback. Raven hier, ich gehe raus. ETA, 30 Sekunden. ETA, 30 Sekunden. Land it, get in, go! Rame is low on fuel, we need to head out. Rame is high, back in, go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020